Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntagmorgen reingestartet. Erstes Video seit über einem Monat, ich hab auf jeden Fall wieder Bock. Nur zukünftig, wie gesagt, ich hab's ja schon in der Telegram-Gruppe gepostet, Link unten in der Videobeschreibung. Zukünftig wird's einfach immer nur drei bis vier Videos die Woche geben, plus einen Livestream Donnerstag, das bleibt natürlich. Einfach weil sich bei mir ein paar Sachen geändert haben und ich zukünftig ein bisschen weniger Zeit hab. Trotzdem versuche ich auf jeden Fall viel, viel mehr wieder in der Telegram-Gruppe zukünftig Trades zu posten, mögliche Setups und auf jeden Fall wieder deutlich mehr anwesend zu sein. Die Pause hat auf jeden Fall gut getan. Jetzt hab ich auf jeden Fall wieder Lust und Bock hier wieder richtig durchzustarten. Deswegen minimale Änderungen, trotzdem steht noch viel, viel mehr in der Zukunft an auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten durch. Momentan 21.500 US-Dollar. Ist schon krass. Ich bin vor vier, fünf Wochen, hab ich mich verabschiedet in eine kleine Pause. Und wir waren ziemlich fast genau hier am gleichen Punkt, wo wir uns jetzt befinden. Also im Endeffekt ist wenig passiert. Klar, wir hatten unseren kleinen Abverkauf jetzt letzte Woche auf ungefähr 18.400 US-Dollar. Mal als kleiner Spoiler, für mich ist es noch nicht wirklich der Boden. Kommen wir dann gleich nochmal auf der Tagesanalyse drauf zu sprechen. Momentan die 21.500 US-Dollar. Schon mal ein gutes Zeichen, sag ich jetzt mal. Trotzdem, wir müssen sehen, wir haben Wochenende, wir haben auf dem 4 Stunden, auf dem 1 Stunden, auf viel, vielen weiteren Timeframes schon eine Bearish Divergence gebildet. Der 200er SMA liegt hier in der Region plus der Monats-Pivot, den wir jetzt angetestet haben. Aber noch keinen wirklichen Close darüber gesehen haben, macht mich ein bisschen stutzig. Trotzdem, wichtig wäre es, meines Erachtens nach, sollten wir wirklich ein bisschen bullischer wieder werden, müssen wir in diesem Bereich um ungefähr 22.400 bis ungefähr 23.139 US-Dollar. In dieser Region wäre es gut, wenn wir irgendwie hier drin closen würden, hier ein bisschen konsolidieren, ein bisschen stabilisieren und dann Breakout nach oben hin starten. Trotzdem, wie gesagt, Aeros Eye ist relativ weit hoch. Wir sehen weiterhin einen kleinen Abtrend auf den kleineren Timeframes mit aber deutlich sinkendem Volumen. Klar, hat einerseits mit dem Wochenende zu tun. Trotzdem wäre es meines Erachtens ein bisschen sinnvoller, dass wir hier nochmal so ein kleines Retracement nach unten hingehen. Wir können uns mal ganz kurz das FIP-Level dazu nehmen. Würde bis ungefähr 19.700 US-Dollar bedeuten. 19.600, genau da, wo der Pump begonnen hat, haben wir unser 0,5er Fibonacci Retracement Level. Erste kleine, was habe ich gesagt? Ne, das Golden Pocket haben wir in diesem Bereich. Ich glaube, ich habe mir das gerade ein bisschen versprochen. Egal. Erster Bereich, den ich trotzdem im Auge behalten würde, sind ungefähr die 20.500 US-Dollar. Hier hatten wir unsere kleine Widerstandszone. Hier hatten wir immer wieder ein bisschen Widerstand. Deswegen hier mal auf jeden Fall den Bereich im Auge behalten, wo wir möglicherweise eine kleine Long-Position eröffnen könnten. Bin ich aber noch ein bisschen so am Harder. Klar, wir haben die 4 Stunden E-Mail Ribbons hier. Wir haben die letzten Hochs hier, die man ganz gut sieht. Könnte auf jeden Fall den ersten Support bringen. Vielleicht dann hier, dass wir so ein kleines Doppeltop reinkriegen. Dafür ist es meines Erachtens aber noch ein bisschen zu früh. Wichtiger für mich eher so ein kleiner Retest hier unten in die Region des Golden Pockets. 19.600, 19.700 wäre momentan so das Worst-Case-Szenario. Würde aber meine Position sogar schon ein bisschen weiter oben bei ungefähr 20.000 US-Dollar eröffnen. Ich bin momentan blank. Ich habe momentan gar keine Position mehr offen. Hat einfach den Grund, dass es sowieso wenig passiert. Und wie gesagt, ich wollte ein bisschen Abstand nehmen. Aber wie gesagt, jetzt geht es langsam wieder los. Mehr gibt es momentan auf den 4-Stunden-Timeframes nicht zu sagen. Wir schauen uns mal die Daily-Timeframes an. Und jetzt kommt so der Grund, warum ich gesagt habe, für mich noch nicht so richtig der Boden. Also was ich hier eingezeichnet habe, wo man auch ein bisschen drüber streiten kann, ist momentan dieses riesige Falling-Vedge-Chart-Pattern, was wir im Endeffekt seit 2021 formen. Würde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Und das ist auch das, was ich noch übergeordnet relativ bullisch sehe. Deswegen auch der Grund, warum ich gesagt habe, für mich persönlich, Boden ist die erste Möglichkeit. Wir gehen unter dieses letzte Tief, was wir hier bei 17.600 US-Dollar gebildet haben. Das wäre hier diese Zone, wo wir damals diesen rasanten Abverkauf hatten. Wäre die erste Zone, kurz darunter, um die Stop-Losses zu holen, also so ungefähr 16.800, 17.000 US-Dollar, wäre die erste Möglichkeit, wo ich mir auf jeden Fall eine Swing-Position erarbeiten würde. Der nächste Step würde dann hier unten in dem Bereich der 15.000, 15.500 US-Dollar liegen. Das wäre dann die Möglichkeit des Falling-Vedge. Klar, wie gesagt, man kann sich darüber streiten. Man kann es auch direkt an den Kerzenkörpern anlegen. Ich habe es jetzt erstmal mit den Wicks. Aber trotzdem, viel ändert sich in diesem Bereich hier da unten nicht mehr. Das ist das bullischste Szenario, was ich über Wochen, Monate sehe. Hat aber auf jeden Fall noch Luft, aber ist in meine TA, sage ich mal, eingeflossen für eine mögliche Bodenbildung in den nächsten Wochen und Monaten. Aber für mich momentan noch keine wirkliche Bodenbildung. Für mich so eine kleine Relief-Rally, die wir hier momentan sehen. Deswegen auch erst einmal diesen Bereich hier oben, wo wir gerade angesprochen haben, zwischen 22.500 und 23.200 US-Dollar, diesen Bereich im Auge behalten. Stabilisieren wir uns hier. Hier ist es erstmal ein gutes Zeichen und wir könnten hier wirklich vielleicht sogar schon eher aus diesem Falling-Vedge ausbrechen. Ansonsten bin ich weiterhin noch ein bisschen pessimistischer eingestellt und sage, vorläufiger Boden oder vielleicht endgültiger Boden wirklich erst so in diesem Bereich 17.500 bis ungefähr 15.000 US-Dollar. So, soviel dazu, soviel zu Bitcoin. Gehen wir noch auf die Altcoins an. Ethereum vor allem. Also Ethereum wichtig. Wir haben unsere Widerstandszone hier erst einmal verlassen, auch mit Bestätigung mit relativ gutem Volumen, auch wenn das Volumen jetzt erst einmal wieder abnehmend ist. Wir haben noch eine kleine Ineffizienz bis ungefähr 1816 US-Dollar. Erst einmal zu füllen, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch Luft, diesen Bereich hier nach oben hin anzutreffen. Hier würde ich dann auch erst einmal überlegen, eine neue Short-Position zu eröffnen. Hat den Aspekt, hoher RSI, Wochenende, wenig Volumen, Ineffizienz wäre erst einmal gefüllt. Plus weiterhin, wir haben noch kein höheres hochgebildet. Ist sowieso erst hier in diesem Bereich der 2K interessant. Trotzdem, die Abwärtsbewegung beginnt bis ungefähr 1880 US-Dollar. Und deswegen hier kleine Short-Position mit einem Stop-Loss. In dem Bereich der, ich sage jetzt mal, 1900 US-Dollar ist auf jeden Fall drinnen. Mit einer kleinen Position auf jeden Fall 3-5x-Hebel, nicht mehr. Und dann erst einmal eine kleine Gegenbewegung auf jeden Fall mitnehmen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons, momentan in dem Bereich des Monats. Pivot bei ungefähr 1670 US-Dollar. Auch hier, um mal ein kleines Fib mitzunehmen, schauen wir mal, ob das so ungefähr passt in der Richtung. Also 0,382 liegt beim Pivot. Golden Pocket liegt in dieser Ineffizienz, die wir hier unten gebildet haben, bei ungefähr 1600 US-Dollar. Also es würde ungefähr passen, Pivot bis ungefähr Golden Pocket dann auf jeden Fall die größten Profite zu realisieren. Der Pump wäre dann einigermaßen wiederum aufgefüllt. Also diesen Bereich behalten wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Stunden oder beziehungsweise in den nächsten Tagen erst einmal im Blick. Dann Cardano. Cardano, erst einmal das Golden Pocket. Hier auf jeden Fall getroffen. Abwärtsbewegung von hier bis nach unten, bis zu unseren Tiefpunkten. Ungefähr 0,42 US-Dollar-Cent hatten jetzt unsere Gegenreaktion im Bereich der 0,52. Trotzdem hohes Volumen hier in diesem Bereich gebildet. Sieht man hier ganz gut, das Volumen hoch haben wir uns noch nicht abgeholt. Heißt für mich, wäre noch Möglichkeit dann hier nochmal ein Short Entry zu machen da drüber. In diesem Bereich auf jeden Fall, ich möchte ein höheres Hoch sehen. Hat den Grund einfach, über diesen Hoch liegen die Stop Losses. Sieht man schön an diesem sehr, sehr hohen Volumen Peak. Diese Stop Losses können wir uns auf jeden Fall noch holen. Und dann, sage ich mal, so einen kleinen Turnaround nach unten hin zu bekommen. Zumindest in dem Bereich, ich sage jetzt mal 0,48,8 bis ungefähr 0,48,6. Das ist so die Möglichkeit, wo ich sehe. Und dann auch schon die Position wieder rumschließen. Also es sind relativ kurzfristige Trades. Swing Trades, sage ich mal jetzt auch hier mit Short Positionen, gehe ich momentan nicht ein. Wenn dann eher kurzfristige Trades, um die kleineren Bewegungen mitzunehmen. So, dann schauen wir uns noch XRP an. Auch hier schöne Erholungen gesehen. Klar, der ganze Kryptomarkt hat sich erholt, nachdem Bitcoin knapp 10, 11% jetzt vorgestern nach oben hin gestiegen ist. Natürlich auch die Altcoins deutlich mitgezogen. Bitcoin Dominance, by the way, bei ungefähr 40,5%. Also auch hier haben wir einen kleinen Bounce gesehen. Nur da ist immer ein bisschen zu beachten. Bitcoin Dominance heißt es nicht unbedingt, nur weil die Bitcoin Dominance steigt, dass jetzt die Kurse auch extrem nach oben hin steigen. Kann genau so sein, dass Bitcoin 10% nach unten hin fällt und die Bitcoin Dominance steigt. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein, die mit in die TA mit einfließen zu lassen. Trotzdem sieht es momentan auch hier relativ gut aus. Wir haben hier noch so einen kleinen Scam Week, sage ich jetzt mal ungefähr bis ungefähr 0,37 US-Dollar Cent. Den auf jeden Fall im Blick behalten. Den könnten wir uns noch holen, weil hier auch sehr, sehr viel Volumen gebildet wurde. Das sieht man hier unten ganz gut. Wir haben am 26. September hier. Den könnten wir uns noch holen. Passt auch mit dem Monats Pivot R1 zusammen. Heißt auch hier für mich momentan keine Short-Position, weil wir einfach noch diesen Scam Week hier oben haben. Ich hoffe noch auf diesen Bereich um 0,37. Dann eine Position, auf jeden Fall eine Möglichkeit für eine Short und dann hier vielleicht eine Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen. Würde auch so ungefähr passen, wenn jetzt Bitcoin nochmal so in den Bereich der 22.200 oder 500 steigt. Einfach nochmal die kleine Ineffizienz holt. Würden die Alcons noch ein bisschen pumpen. Würde zu Cardano passen. Letztes hochholen. Würde hier zu XRP passen. Letztes hochholen. Ineffizienzen hier noch abzuholen wäre eine Möglichkeit. Und dann diesen kleinen Turnaround in Richtung Anfang nächster Woche auf jeden Fall hinzulegen. Gut, soviel zur TA. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Globale Finanzinstitutionen wollen Kryptowährungen regulieren. Gutes Zeichen. Ansonsten, was generell in der Finanzwelt abgeht. Einfach Shit. Ganz ehrlich, was man da immer so hört. Aber gut, schauen wir einfach mal weiter. Auf jeden Fall gut, dass es auf jeden Fall reguliert wird. Brauchen wir einfach auch. Ist jetzt nichts Bearishes, ist jetzt nichts Extrem Bullishes. Und dann noch Terra Classic Prognose. Höhere Preise möglich. Ganz ehrlich, was da die letzten Tage schon wieder abgegangen ist. Ich glaube, Terra hat kurzzeitig 300% gemacht. Leute, haltet euch einfach davon fern. Geht da einfach nicht rein. Nur wenn ihr vorher schon investiert wart oder so. Nehmt die ganzen Profite mit. Aber investiert jetzt da nicht nochmal blind rein. Und vor allem shortet die Dinger nicht blind. Das ist ganz, ganz wichtig. In solche Coins, da profitieren einfach die Longer eher von den Shortern. Weil die Shorts immer wieder gerackt werden. Vor allem mit hohen Hebeln. Deswegen Finger davon. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video auf jeden Fall like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, entweder sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.